Grüß euch! Zurück bei Far Cry 4, mitten in die Berg, ausgesetzt vom Willis. Der macht seinen gemütlichen Tag im Flugzeug. Was macht der da eigentlich überhaupt? Hallo, Willi, Willis. Er ist leihwand. Ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich muss bei denen immer die Drecksacken machen. Ich muss da jetzt irgendeinen Stellvertreter von der Juma, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, eliminieren. Der offenbar da oben drinnen ist. Und ja, dazu würde ich da mal vorschlagen, machen wir uns auf den Weg. Im Akash-Klostersummer. Schön. Okay. Oh, ich sehe einen. Ich sehe einen. Ich sehe einen. Ich wäre aber... Oh, die kommen genau auf mich zu. Auch noch scheiß, die wandern. Komm, Freunde, Schleichzeug. Schleichzeug! Was ist da? Hubschrauber? Oh, scheiße. Ist das wirklich ein Hubschrauber oder ist das einfach nur das Geräusch eines Hubschraubers? Na, da hinten ist der Hubschrauber. Der schaufelt Schnee. Ich weiß nicht. Soll ich den Take-Down machen? Okay. Da vorne ist der Hubschrauber. Was, was? Ach, kacke. Ah, da hinten ist noch ein Schaftschützer. Ich sehe ihn, da oben ist er. Gut, das war's. Um Scharfschützen. Wo muss ich denn da hin jetzt? Ach so, das Zielgebiet. Irgendwo da gibt's den Typen. Scheiße. Geh in Deckung. Hallo? Also geht der nicht in Deckung. Ich soll mich da mal heilen. Zur Sicherheit. Ich muss ja nicht unnötig riskieren. Ach, scheiße. Ah, das ist er. Das ist der Typ. Mach ein Foto von der Leiche. Ja, warum wundert mich das jetzt nicht, dass ich den auch noch deppert fotografieren muss. Boah, er hat den ganzen Holzdienst da weggeschossen. So. Aber die Typen werden auch gleich ein bisschen abgreifen. So, jetzt hat der wieder den Ausgang gefunden, offenbar. Ah, ich kann da nicht reinbolzen. Na, wo hat der Freund? So, wo bist du denn, ha? Komm her, da. Ich komme jetzt von hinten zu dir. Der Hubschrauber ist momentan nicht wirklich eine Gefahr. Ich glaube, da ist der doch drinnen, oder? Da unten rein, da jetzt, dumm und dumm. Na egal. Ist er da oben? Guckuck. Passt. So, warte mal, der ist jetzt eh gleich da, der Typ. Der war da oben, gell? Da habe ich ihn erwischt. Aber egal, zuerst schauen wir mal, ob das ein bisschen Typen durchsuchen. Genau, Munition brauche ich wieder. Sehr gut. Die schauen irgendwie alle gleich aus. Aber Fernbedienung habe ich schon wieder. Er ist der, den ich fotografieren muss. Okay, gut. Dann machen wir ein Foto. Da guckst du. Ist er das? Wahrscheinlich eh nicht, ne? Ach, jetzt hat er es. Noch freilich, ne? Genau. Da hat er ja sogar direkt recht, der gute Wille. Nur, ich denke nichts, dass das was ist, wo man stolz drauf sein sollte, oder? Ich meine, recht hat er. Nur stolz drauf sein. Das ist halt die Frage. Okay, das heißt, ich muss weiter, muss jetzt jeden Typen da umlegen, wenn ich das richtig verstanden habe. Da vorne ist eine Pforte. Schreiten wir der Pforte entgegen. Und schauen wir mal, was sich dahinter gleich abspielen wird. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Die dürften da schon natürlich Verdacht geschöpft haben. Na klar, nachdem die Leute umfallen bei einer Wirstiglholz. Na was jetzt, der Suche abbrechen oder die Suche abbrechen? Könnt ihr euch nicht entscheiden. Und hinten auf einmal. Oh, 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 oh. kontrolliert manchmal ist das ziel echt tricky was das freunde ja ich muss irgendwie da ist schon wieder einer wo ist denn der er wieder her habe ich den wieder übersehen durchsuchen tue ich dich trotz der ich komme der sache schon hier kommt darauf hopp und da noch mal rauf jetzt noch mal rauf schauen ob ich da irgendwo entdecken kann da muss ich offenbar auf da ist keiner mehr gut darauf da komme ich von unten auch noch das mag ich gar nicht von unten ist mir irgendwie so schutzlos ausgeliefert da hätte ich aber da auch rumgehen können oder verneinde na gut da muss ich wohl da rein beim türl schauen wir mal was mich da erwartet aber ich glaube dass es da unmöglich sein wird ich gehe da mal nicht den direkten weg ich versuche da mal von hinten rum zu schleichen bogen aber ich habe doch schon einen bogen ist das in einem besseren bogen noch denke nicht so wo setzen dort ihr typen gut versteckt gut versteckt zeit offenbar wo ist die kiste da ich sehe doch deine kiste da drinnen ist das die kiste wo ist die kiste wo ist die kiste da oben ist er da gesehen an wo sind die das schwere feuer her wo ist die kiste panik nicht im panic vorfallen einfach eine nach dem anderen ausschalten Auch wenn die ein bisschen C ist, da. Habe ich Mr. Superman entdeckt? Da kommen sie auch drinnen. Was ist los mit denen da? Was halten die aus? Irgendein Granatwerfer ist da aktiv. Scheiße, 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 scheiße. Der lebt auch noch immer. Den habe ich doch voll in die Fresse reinknagelt. Da, bitte, der lebt noch immer. Alter, was ist los mit euch, Freunde, auf einmal? Da ist diese Arschwarze. Ja, gibt es denn das? Och, bitte, was ist denn da jetzt auf einmal los? Ja, das ist mir jetzt egal. Ich blaste. Jetzt, endlich. So, jetzt kommt Hubschrauber auch noch. Was machst du bitte? Nein, einfach darüber. Aber das kennen wir ja schon vom Spiel. Wenn es ein bisschen stressig wird, tut das doch ganz gern immer wieder ein bisschen rumspacken. Ah, ich bin so dämlich, Alter. Ich treffe das nicht. Ja, schalt die Waffe um. So. So. Die sind da auch, Leute. Boah, 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 boah. Ganz schön viele Typen sind da. Und vor allem Dinge, die halten noch dazu so viel aus. Da ist der Nächste. Oh, mal probieren, da hin zu semmeln. So, und jetzt probieren wir, vielleicht können wir mit dem Team was reißen. Wo sind sie denn jetzt? Blöd ist, wenn man sie nicht markiert hat. Ich heiz da jetzt einfach einmal ein bisschen rauf los. Da hinten waren auch irgendwo welche. Naja, da fliegt auch schon. So. Gut. Wahnsinn. Ganz schön heftig die Kacke da. Aber ich denke, jetzt sind es doch schon mal einige weniger. Die schreien da zwar noch immer rum. Wenn wir mal dort hingenommen, wo mein Zielpunkt ist. Das Ziel ist abgehauen. Also es hängt da noch immer irgendwo einer rum. Den. Wo? Wo, 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 wo bist du? Wo bist du, Depp, du? Da hinten ist er. Zah, wie, C wie immer. Hinter mir einer. Ist eh klar, dass sie immer von zwei Seiten kommen müssen. Kopfschuss. Kopfschuss. Okay. Paketen hätten wir da auch. So, wo ist der Vogel jetzt? Da ist er. So, ich hoffe, das war jetzt der letzte. Da runter muss ich. Okay. Den muss ich jetzt wieder fotografieren. Soll so sein. Mach ich doch klar. Eine der Leichen hat einen Schlüssel dabei. Wir gehen die Orden aus. Ruf an, wenn der Kommandant tot ist. Was? Soll ich erreiche das Tor? Soll ich den jetzt gar nicht fotografieren? Ich soll das Tor erreichen. Okay. Uh. Ja. Heftige Geschichte. Viele Gegner. Die Gegner auf einmal ziemlich unkaputtbar. Und es ist noch immer nicht aus. Wie es aber weitergeht, gibt es erst im nächsten Part. Bis dahin. Dankeschön fürs Zuschauen. Und pfiert euch.